Ich hab' den Bock auf die Session, 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 ich hab' den Bock auf den FC4, es ist mir auch scheißegal, weil ich das nicht rein, mir jetzt einfach raus. Sie müssen frei sein, so wie Jack Lee in diesem einen Film, eingesperrt für heiß und auch egal, Alter. Ich rein mir weiter eben einen Schrott, bis jeder von euch so besorgen ist, wie der Nese, weil ich weiß, dass der Bock hat auf die Session, sonst wär' er nicht viel gewesen, ich seh' da noch außerhalb, und ich weiß, ich kann auch heute alles hin, auch wenn ich nicht mehr ganz dazu in der Lage bin. M.C. wer war, macht super Ehen zum Haarli hin, der Typ, der mit Haken wird, nimm' mich am Punkt, teilweise auch nicht mal Echtigkeit, egal wie, Zeit oder Schlechte sein, ihr rockt ganz gut, ist das, gleich das Mike. Wenn irgendwer Bock hat auf die Session, dann macht man gern, als wenn jetzt mal Silvester sein, das Jahr wegkommen auf Grafen vorne an, ich zieh' dann aus, volles Programm, Agora, Alter. Jubel bei ihm! Jubel bei ihm! Jubel bei ihm! Beim ним!